Frozen Honey Das probieren wir aus, Leute. Ich muss hier noch irgendwo einen haben. Hier ist er. Jetzt kommt er noch mit dem Gefrierer. Hier, eine Stunde ist vorbei, Leute. Also hier haben wir den Gefrierer in Honig und ich bin sehr gespannt. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. So rüberbringt, aber es sieht richtig lecker aus. Kann man das jetzt so abbeißen? Boah, richtig lecker.